Jum Jum Jum, hallo und herzlich willkommen bei Play On Ons Battleground Race Shift 3, 2, 1 Oh, Frühstarter Scheiße, Mann Ja, ja, die Straße entlang bis zur Militärbase reingeht oder so, keine Ahnung, oder fahren wir auf der Militärbase rum, äh, hier kommt Chris, fahr da rein, da vorne bei dem Eingang Da ist ein Buggy aber Ja, egal, ja Und dann fahren wir auf dem R4 rum Nach links Ja, wirklich, die Scharfschützen ärgern Oh shit, wo fahr ich denn schon wieder lang Jetzt müssen wir links gehen Ja, Chris ist rechts Jungs, wo seid ihr? Ich hab Angst alleine Was ist das für ein Meme-Beam? Uh, das gibt's in dem Spiel nicht Juhu, keine Meme Jaaah Lass bis zum Ende der Landebahn dein Rennen machen Okay, aber kein Frühstart Ja, okay Da steht Nubu hat's recht Oh, ich hab Standbild Ich auch Ah, jetzt geht's wieder Ich glaub, wir haben den Server gecrasht Und hier bei der weißen Linie können wir eine Startlinie benutzen Nicht auf mich drauf, man sieht So, irgendwie den Schaden Hier schnell, bevor die Scharfschützen uns im Visier haben Alle da Komm, Chef, komm Okay Drei Zwei Eins Los Oh, ich hab ein Standbild Fuck Ich hatte ein Standbild, sorry Jungs Ah, der hat probiert mich abzudrängen Wie weit? Zum Ende Erlöse, ich hab' kaum so schnell Der hat gecheatet Vollpusten Ah, fuck Ihr habt's übergedreht Nein Nein Deine Hupe ist leer Ah, ne, noch nicht Deine Hupe ist leer Ich weiß, es wird split, aber leer Ich krieg' dich noch Ich hab' den Kopf Oh, da ist Der hat's ne Uhr, als Jungs Falls euer Benzin leer ist, sucht euch neues Auto Okay, Chris hat gewonnen Ja, ich hab' gewonnen Wieder zurück, Jungs Zurück, zurück, zurück Die Hupe gibt extra Speed, ich schwör' Scheiße, Mann Mein Ausbruchbrett, das ist normal Ja, das ist, wenn man boostet Ah Mensch, hatten Ey, vielleicht sollten wir in den Aber sie sind noch 60 am Leben, also dauert das Ja, aber Easy Ich hab' noch ein Weiß, durch den Benzin Ich brauch' bald nur ein Auto Ja, davon hat sie Uhr Die Zordi kommt hier rüber Ja, easy Wir gehen danach in den Control Tower, okay? Wir können auch noch U18 nehmen Ich glaub' eine Runde reicht's für mich noch Ich fahr' jetzt zum Control Tower Ich muss jetzt weiter looten Und dann muss die Dacia Crew weiter Vielleicht holst du dir den U18, wenn du nicht mehr so viel Benzin Ja, ich geh mir mal den U18 holen, weil ich hab' nur noch irgendwie Ich hab' nur noch Ich hab' nur noch Überhalb voll Oha Bei mir ist nur noch ein Nee, ich hab' eigentlich leer Ich hab' leer Habt ihr eigentlich Leute gesehen, während wir hier rumwiegeln? Nein, ich hab' aber auch nicht geguckt Aber selbst haben wir welche eingeloggt Komm, während der Uhr hat's nicht, weil ich nicht auf dem 1er fest bin Jetzt hab' ich wieder hart voll Ich hab' ne andere Hupe Da können wir so ne Melodieen anbieten Haha, ne 3er wärst du kranke Scheiße und ne Pan Mann, ich seh' hier so nix krasse Ne 2er, hier liegt ne 2er, Jungs Ja, die würde ich mir holen Wie du fliegst Oh, ich bin da drüber geschanzt Oh mein Gott, wie geil Das hat genau gelangt Krass, die Kacke Ich mach' das auch gleich mal Aber erst mal Chris, komm jetzt, wir müssen Oh mein Gott, hier liegt noch ne M416 Aber ich brauch' die ganze Munition So Kommt, hör' wieder raus, Jungs Nein, chill' doch Hör' aufzufahren Chris, wir machen jetzt, hören jetzt auf Wir spielen jetzt kurz Sirius Da ist nichts Da draußen liegt noch ne... Wir spielen jetzt kurz wieder Sirius Und dann können wir gleich wieder weitermachen Ich mach' mal unten die Tür zu Okay, da fehlt mir das Jungs, wir sind im Kontrolltauer Wir müssen den Absch... 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 Der Rakete in Gang leiten Geht das? Nein, leider nicht Jo, schau' ich Hier liegt immer ein Stärrwechsel-Zielfälle Ich hab' keine AP Aber hier oben sind wir ziemlich auf dem präsentierten Ich glaub' lieber mit Autos hupen und die Schaffeln langfahren Sonst sieht uns keiner Ja... Ja... Alle sind verwirr Also, was mich wundert, dass hier keiner in der Military ist Ja, das war halt nicht auf dem Weg, ne? Ja, und da gibt's aber trotzdem viele, die sich dorthin bewegen Und ich mein' die Blocks... Die Blocks da hinten waren bestimmt auch... Ab in die Dachias! Was? Jetzt kommen safe welche... Der fällt sogar hier unter Ab in die Dachias, Jungs! Wo ist der Ausgang? Da muss noch mal die paar Sekunden durch Wir schauen noch relativ weit weg, Timo Ab in die Dachias! Wir holen uns die Wichser Wohin, wohin, wohin Hüll mich jemand mit, bitte! Dein Dachias steht vor der Tür Ich will nicht selber laufen Timo, wohin? Dein Dachias steht da Zum Airdrop, Jungen! Das ist natürlich... Das, nehm' ich mit! Nehm' dein eigenes Auto, ich bin schon losgefahren Ah, bin zum Sperren! Oh, hier Spuckeles! Ich glaub' der Airdrop... Der wird zuschneidet immer auf der Karre! Vielleicht sollten wir keine Scheiße bauen Ist das auch gut funktioniert? Ja, stimmt glaube ich Wie spät es ist, leben noch voll viele, wie kann das sein? Stimmt eigentlich die... Die Aufnahme hab' ich keine Erinnerung erst nach 15 Minuten gestartet Und jetzt sind wir noch so wieder am Leben und... Wo ist der Airdrop? Ich seh' ich nicht Oh mein Gott, boy man Jetzt sind wie viele Tage, muss ich sagen Da vorne läuft einer! Fahr drüber! Ich seh' den Airdrop! Wofür stehen? Da ist man das Auto! Wo ist der Airdrop? Ich hab' die gerammt, aber ich bin auch selber gegen die Wand gefahren Ist nicht gut, wo ist der Airdrop? Ich hab' ein... ich hab' ein Auto gerammt, da war'n Auto Ja, ich verfolg' das Ich hab' das Auto! Ich hab' das Auto! Ich hab' das Auto! Bei mir! Oh, der schießt! Der will schießen! Ja, da sind grad mehrere in einem Auto! Ey, da ist der Airdrop! Wo? Da wo ich bin! Passt aber auf Jungs! Ja, da bin ich auch! Ich hab' Schuss! Pflegeverkehrt! Ich lass' jetzt umsteigen auf'n gemeinsames Auto! Habt ihr eingesammelt? Thomas, wo bist du? Ich hol' euch da raus! Bei mir waren Schüsse! Ich bin im Auto! Ich hab' so'n Ghillie-Suit! Gut! Nice! Wohin? Habt ihr alles rausgeholt? Was ist noch drin? Ja, ich hab' alles mitgenommen! Gut, dann wieder zurück zum Military! Oder warte, wo müssen wir... Wir müssen an den Strand! Wir müssen an den Strand, Jungs! Denkst du, man sieht nicht, dass ich fahre, weil ich einen Ghillie-Anzug an habe? Doch, aber du kannst dich so richtig hart in den Busch reinlegen! Wir fahren jetzt da rüber zu den Bäumen! Aber ich denk, dass mein Auto da steht, sich jetzt bestimmt verwirrt und trauen sich nicht hin! Alle, ich hab' den Airdrop einfach gezogen, weil ich Hardcore bin! Ich hab' den gar nicht gefunden! Habt ihr irgendein... Timo, hast du schon taktisches Lack auf der M4? Ja! So! Hier tun wir jetzt! Oh, das war knapp, Tome! Vor allem, ich hab' versehentlich meinen MP weggeworfen und nicht mein Auto! Du mit deinem Ghillie-Suit bist unser Hauptaufklärer! Am Strand steht ein Boot! Unbemannt! Noch ein Boot! Unbemannt! An der anderen Strandseite... Eigentlich bin ich hier auf 200 auf W eigentlich! Ich hab's nur die Große, aber ich hab' versehentlich das Visier samt den Ding weggeschmissen! Das war ein bisschen dämlich! Ein bisschen! Ich hab' keine Zeit beim Airdrop da groß, aber ich mach' einfach, dass wir sie auf die Große des Vierer! Soll ich auf die schießen, wenn ich die sehe? Nee, der Große, Alter! Mit der triffst nix! Wo sind sie denn? Wie gesagt, ich hab' nen Karabiner mit Schalldämpfer! Ich hab' auch Schalldämpfer auf meiner M4! Ich seh' so fallen, ich könnte auf die schießen! Ja, wo denn? Wo sind die? Nee! Ja, ich seh's! Ich seh' einfach! Ich seh' nicht, aber eh, Junge! Ich seh' das so'n fucking Wahre! Direkt bei, vor mir, die drei Bäume in einer Reihe hintereinander drüber! Echt direkt bei W! Na gut, eigentlich ein bisschen rechts und weh jetzt! Ich seh' jetzt nichts mehr! Die scouten gerade, weich? Aber mich kann die vielleicht nicht so gut sehen! Dich sehen die überhaupt nicht, Alter! Da rannt, da rannt da grad einer? Die haben auf jeden Fall auch nen Karabiner oder irgendwas! Es müssen ja nicht die sein! Ja, aber irgendjemand! Was ist das, Großteil? Ist das ne MP oder ist es? Es ist ne Schnellfeuerwaffe! Nur besser! Ah gut, weil da kann ich jetzt ein Magazin reinmachen! Ja! Cool! Passt jemand hinter uns auf? Da kommt ein Boot an! Da landet ein Boot bei Westen! Sind ausgestiegen, drei Leute! Westen? Ja! Seh' ich! Ganz da hinten oder? Ja, ja, ganz da hinten! Ganz am Arsch! Ach ja, ich seh' sie laufen! Aber soweit kann ich nicht schießen! Ne, ne! Muss nicht sein! Ähm! Hat einer ein Auge auf hinter uns? Nein! Nö! Okay, dann guck ich nach hinten! Ihr guckt nach vorne! Weil ich glaub' aus der Richtung kommen die Karabschüsse oder so! Oh! Ich hör' auf jeden Fall Schüsse! Ja! Ah ja, die sind wieder da, wo die vorher waren, die Typen! Gut! Hinter uns sieht es clear aus! Wir haben ein Ghillie Suit bei uns, Alter! Uns kann nichts passieren! Naja, euch schon, mir halt nicht! Ja, das ist ja... Wir sind ein Team! Jaja, ist doch nochmal! Ich mein' euch kann man sehen und snipern! Naja, so gut auch nicht! Ein Herz und eine Seele! Die Lappen schießen wahrscheinlich auf die Lappen, die mit dem Boot gelandet sind! Ja! Ja! Ja, ne, wurde auch zweimal getroffen, das hab' ich gesehen! Hm! Wir haben einfach den Airshot gezogen, weil das war eigentlich... Ah, jetzt kommen die von B näher her! Die von B kommen? Direkt in den Berg, die haben auch irgendwie... Ne, kein Ghillie-Anzug, aber irgendwie sowas mit der Art! Ja, die kriegt ja schon Plattwind sein, Mensch! Ah doch, der... Wo ist der nächste Air-Drop? Seht ihr den? Ich hab' nicht gesehen, wo der Pfeil hin ist! Was siehst du, Chris? Direkt mal wieder bei den Bäumen da! Obwohl, ich wissen, wir doch... Sind wir da recht! Sind wir uns nicht wahrscheinlich noch ein paar Leute? Ich hab' keine Ahnung, wie hoch ich schießen soll mir so treffen! Wer hat da gerade geschossen mit dem Gewehr? Thomas! Hab' ihn ausgenockt! Das hört sich krass an, ja! Hör' der Rock darum! Ja, hab' ihn ausgenockt! Ich könnte ihm den Bogen abknallen, aber naja! Gedarbe, wo ich meine, das ist halt so eine Sache! Der erste Schuss war ein Zielschuss, der zweite Schuss saß! Oh, er hinter uns kommt ein Boot an! Boot hinter uns! Sind gelandet am Strand! Ja, ich seh's! Na, na, na! Das ist nur einer! Feuer frei! Den treffe ich nicht, wenn der läuft! Ich müsste auch stehen, um zu treffen! Chris guck weiter in andere Richtung! Ah ja! Der war nur ausgenockt, ne? Der wird bestimmt schon wieder gelebt worden sein! Noch habe ich keinen Kill reingekriegt! Äh, dann wird er wieder gelebt, sonst wäre er inzwischen schon tot! Muss nicht sein! Na, muss nicht erlusten! Keine Ahnung! Ich seh einen Robben direkt wäschten, hinter dem Busch jetzt! Hinter dem Busch jetzt! In zwei Stück! Viel weit weg! Ah, da rennen auch welche im Wald rum auf den See! Ja, den meinte ich, aber die krieg ich nicht! Ich krieg den nicht, weil die so zickzack laufen! Da sind drei! Ah, sterbt! Äh, links von uns ist ein Airdrop! Da wollen die hin, wahrscheinlich! Ja, ich geh mal zu nem Baum hier! Nee, wir treffen mit diesem scheiß Baum! Warte! Wenn die sich hinlegen oder so, treff ich die! Ja, dann würde ich die ausgreifen! Ist der tot? Hab einen ausgenockt! Ich hab keine Ahnung, wie ich die treffen muss! Mit dem Armbruch! Der einer ist ausgenockt! Der einer liegt ja auch noch in dem anderen Busch! Der Typ, der ausgenockt! Einer ist direkt beim blauen Haus! Der Typ von dem Boot ist, äh, zu den Häusern gerannt! Siehst du, der in dem Busch lebt der noch oder hast du den schon umgebracht? Ne, der bewegt sich noch, der steht auf! Wieso treff ich den nicht? Also hinter uns sind definitiv Leute! Ja, muss ich den drüberschießen, um wir zu treffen! Das ist auch, der beim Haus ist noch mal! Ist immer noch nicht berührt, glaube ich! Weil, da traut sich keiner hin! Jetzt machen die Smaukel! War ich gut, Thomas? Ja! Guck, dass die halt nicht reden, von wo wir schießen! Alter, wenn man so Schüsse hört... Nein, das war knapp drüber! Ich schieße ein, bei einem anderen, bei einem anderen! Jeder belebt grad! Der hat mit dem Haus dann aus dem muss ich aufpassen! Da rennen dabei da hinten auch noch welchen! Den habe ich ausgenockt am Haus! Nicht, alle mit dem anderen auch! Nutzlos! Ich stöße kurz, sei ich schallgedämpft! Nein! Oder ich weiß gar nicht! Ich habe meine Auge auf den Airdrop, dass da niemand hinkommt! Wir werden abgeschossen! Von? Von? Ähm, Südwesten! Dann passt auf, Jungs! Freistück! Ja, da laufen sie! Ja, ich sehe sie! Hinter uns sind auch welche? Oje! Aber wir müssen erst die Kellen, auf die wir schon die ganze Zeit schießen, weil sonst... Ja, ja! Ich wäre eigentlich in ein Haus reingegangen, in die Hütte da! Ich muss mich hochheilen! Ist das hinter uns? Ja, oder? Ja! Krass ist Scheiße, ja! Der eine guckt zum Fenster raus und ich kann es nicht sagen! Hinter uns sind mindestens drei Leute, aber zwei feindliche Teams! Sind die noch in der Zone, die Häuser? Nein, gut! Wir sind auch nicht drin! Ja, ja! Ich krabbel schon Richtung Zone, Jungs! Ich krabbel schon mal Richtung Zone! Ich bin nicht mal Richtung Autos hinterher! Ja, bewegt euch Richtung Autos! Fakt ist gut getroffen! Dann kommt zurück! Unser Kili-Suit man stirbt! Die schießen aber von vorne hoffentlich, weil die treffen mich hier! Ja, ich bin down! Nicht gut! Von wo? Wo? Weiß nicht, ne? Aber die haben mich die ganze Zeit... Krabbel zurück, krabbel zurück, krabbel zurück! Ja, die sind hier unten irgendwo gewesen und ich mich gebrochen! Ich versuche dich zu rutschen! Von wo haben die geschossen, dass die mich hier treffen? Ja, von irgendwo, wo sie dich halt sehen! Theorie! Ja, aber von hier kannst du mich eigentlich nicht! Hab dich! Gut! Geh in Deckung und halt euch! Geh in Deckung und halt euch! Ich bin der Halt! Ich mein Chris, ja! Ja, ich zieh gerade in der Stelle, ich bekomme rein! Gut! Ah! Bei Südosten läuft einer! Ich werde auch getroffen! Bei Südosten läuft einer! Geh in Deckung, Jungs! Aber geh von wo? Von hinten könnten sie schießen! Bei den Häusern sind welche! Die müssen eigentlich fast über den See rüber schießen! Ich bin ausgenommen! Ja, das sind wahrscheinlich die von den Häusern! Aber Strand unten vorm Berg! Hinter der Sandkuppe! Direkt 75 von mir! 75, da! Ja! Da läuft einer hoch! Chris, holst du mich kurz bitte? Ja, ich komm, aber ich weiß nicht! Ich blick nicht wo die sind! Nee, die Zone kommt! Ja! Ha! Doch, fick dir Scheiße! Timo, oder so! Nimm den Karabiner und geht ohne mich! Leg ihn raus! Legt vor mir! Nimm ihn und geht! Und Splittergranaten hab ich noch raus und Muni! Ha! Stirb! Oh Scheiße! Ich brauch Muni für den! Legt hier direkt vor mir! Nimm dir schnell! Ich opfe mich für euch! Zone kommt! Lauf Timo! Ich lad grad nach Arsch! Leg dich hin wenn du in der Sonne mischt! Ich bin noch nicht in der Sonne aber ich leg mich schon mal hin! Oh! Da läuft! Kriegt einer! Chris rechts krabbelt! Rechts krabbelt! Rechts krabbelt! Direkt hinter dem push! Hinter dem großen push! Direkt neben dir! War einer! Ja! Alter ich hab den Headshot verpasst! Der Arsch steht einfach nicht! Sorry jetzt! Puh! Renn doch! Renn doch! Renn doch! Renn doch! Ja hatte ich vor! Boah mein Tütt nimmt immer die Waffe wieder aus der Hand! Ich hasse das! Ey in dem Airdrop war noch niemand dran glaube ich! Scheiß drauf lass den! Nicht looten! Das wird zu gefährlicher! Links war noch einer am Strand oder hast du den schon gehabt? Ne ne den habe ich noch nicht gehabt! Er war auf uns geschossen! Aber den Typ da habe ich erledigt! Ja ich versuche in die Sonne zu robben aber! Ich robb dir hinterher! Links laufen welche bei dem U-Hazin! Ja ich sehe es! Oben auf dem Berg! Ganz oben auf dem Berg! Boah das ist ein Vierer Team! Ich habe getroffen! Ich habe meine Armbrust weggeschmissen dass ich besser getampft bin! Ja! Bist du ja tot? Nein! Treff ich den nicht! Mach die Zieldistanz höher! Ja jetzt! 200, 300 Meter! 200! Ja was kann man da einstellen? Weil da oben liegt einer! Nimm lieber den! Winkel! Da läuft einer hin um den zu retten! Also ich habe einen getötet! Ja! Nimm den wo es sich links hingelegt hat oder so! Zone! 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 Steh doch auf Lars! Chris! Aufstehen! Zone! Ich habe einen genockt! Warte! Fuck! Ist die stark die Zone! Ja ich weiß! Wart mal ab wenn die auf die andere treffen würde! Da oben machen welche über den Hügel drüber! Hinter euch kann auch jemand sein! Ja rechts sind welche! Dann sind es die letzten! Da oben! Ich renne zum Haus! Ich renne zum Haus! Ich renne zum Haus! Direkt geradeaus vorm Baum! Sind sie Timo! Hinterer Baum von Denne! Sind sie! Alter! Ich lade die kaum noch nach! Weiß ich jetzt habe ich keine Medizin weich! Ich bin immer noch in der Saung! Chris an dem Baum hinter... Brauchte ich gar nicht mehr! Das ist doch der direkt vor dir und da dahinter krabbelt! Glaub einer an dem links! Weiter links links links! Ja genau dahinter im Busch war glaube gerade einer! Oh ja! Wurde getroffen! Apo Bark oben! Oben am Berg Timo! Oh Timo! Lass Chris ist weg! Ja ich bin da! Schreck! Der ist ganz oben auf dem Berg! Der Sniper damit irgendwas! Ja kuck! Manche hat noch einen ausgenockt! Jetzt habe ich den Kinn nicht bekommen! Wenn der noch... Wenn der stirbt, kriegst du noch! Wahrscheinlich haben die den schon wieder geholt! Warum kann ich nicht du dir scheiß Fenster schießen? Links am Baum wartet da war einer Timo! Ja ja ich hab Leck! Die sind tot umgefallen alle! War ein Feiner hat's noch! Die müssten wahrscheinlich hinter dir kommen und... Puh! 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 Oh die werfen Granaten! Aber die treffen um sich! Ich glaub nicht! Die wissen also wo du's hin bist wahrscheinlich! Die wissen nicht wo ich bin! Energy Drink! Hab ich nicht! Schmerz bitte! Hab ich nicht! Ich habe extra eins rausgelegt noch! Ja hab ich nicht! Vor allem... Die Runde wo wir so weit komm ich... Die Runde wo wir völlig wie behindert sind... Ich hab dich... Ich hab dich... Ich hab dich scheiß... Du hast keinen anders mehr oder? Ne hab ich nicht! Aber ohne ist besser als mit Vierfachen! Mach auch noch auf die Treppe auf! Weil ich glaub jetzt kommen die ja rein weil... Die sind halt noch zu zweit und du bist alleine ne? Wahrscheinlich! Es sind zwei verschiedene Teams! Aber ich bin in der Zone! Ich bleib hier bis es... Ja... Puh! Komm noch mal jetzt noch ein Jahr gell! Na... Ja... Eine kommt noch! Es kommt immer noch mal eine oder? Bis es halt irgendwann... Auf einem Quadrat... Ne... Eine kommt noch und dann... Schrumpft sie irgendwann! Du bist noch drin! Bleib wo du bist und in die MQ! Du bist knapp drin eventuell! Knapp drin! Pass auf schon wegen von... Da läuft einer! Oder? War das Stein nur! Bro hinten! Pass hinten! Da gibts nur das Fenster und die Treppe! Ja schon aber wenn jetzt die Treppe raufkommt... Da oben sind wir schon... Wenn die schießen... Haben die dich entweder gesehen... Ach du rechts von dem Haus! Rechts von dem Haus! Von dem Hütending! Ja... Da ist gerade einer! Guckt da rennt einer! Hast du einen Schalter am Vater drauf? Das ist nix! Der guckt zum Fenster! Geh nicht zum Fenster! Bleib gedeckt! Boah! Was sagen wir? Ernsthaft? Der hat mich mit einem Schuss getötet mit der Kante! Ja klar! Der hat eine Treppe und schaut zum Fenster rein! Aber das war der einzigste? Das war der letzte? Nein, das war der letzte! Weil... Die haben ja gegenseitig auf sich geschossen! Ja, es waren noch drei übrig! Und dann hat er dich gekillt! Und dann war's rum! Also müssen die noch zwei gehen! Ja, okay! Hätt's mich nicht erwischt! Da auf dem Feld! Ja, wärst du mit mir da rüber gerannt! Ja, ich weiß! Aber ich hab halt gesehen, dass da einer rennt! Oh nein! Na ja! Super Runde, Jungs! Sieht man mich im Gras nicht! Super gestörte Runde! Gestörte Runde! Ja! Aha!